Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Frau Salter, was mögen Sie daran in Fachphysik? In Physik mache ich sehr, dass wir dort sehr viele spannende Experimente haben. Schaut mal her. Hier seht ihr ein Experiment zur Messung von der Stromstärke und der Spannung. Schalten wir den Strom ein. Und jetzt können wir hier an den Messgeräten ablesen, wie groß die Stromstärke und wie groß die Spannung ist. Das klingt aber sehr interessant, wenn ich das auch mal versuche. Das hier ist für die Lehrer, aber ich habe für euch auch ein paar Schönexperimente aufgebaut. Alles klar. Hier testen wir Sachen auf ihre magnetischen Eigenschaften. Hier seht ihr ein Mini-Startmagnet und hier ein Hufeisenmagnet. Und ich werde jetzt die Mini-Startmagnete an das Hufeisen dran halten. Ist eigentlich auch eine Schere magnetisch. Kannst du es ja nicht machen. Nun zur nächsten Station. Wir gucken hier, welche Temperatur das Wasser hat. Wie man auf dem Taschenrechner sehen kann, sinkt die Temperatur. Und nun zur nächsten Station. Als letztes testen wir die Bildentstehung an einer Samenlinse. Wollen wir mal anfangen. Nicht aus. Wie man sehen kann, ist durch den Einsatz der Samenlinse das Bild verkrätzt. Wie man sehen kann, ist durch den Einsatz der Samenlinse das Bildeinse das Bildeinse das Bildeinse das Bildeinse das Bildeinse das Bildeinse. Wie man sehen kann, ist durch den Einsatz der Samenlinse das Bildeinse 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 das Bild